ja hallo zusammen zu folge 2 in dieser woche ich musste jetzt noch mal neu starten weil ich jetzt noch anrufe hatte noch einiges zu erledigen hatte und jetzt fange ich versuche ich noch mal neu hier in dem tower irgendwie voranzukommen weil das ganze ach komm freunde jetzt nicht ach scheiße das war doch wieder die falsche taste so kann ich hier raus nein also kann es ja nie ach komm freunde echt jetzt mal nicht so und hier war es dann so das komische dass wir irgendwie nicht weitergekommen sind geht es mal hier durch so jetzt haben wir hier okay lass das aus nein nein tut es nicht das ist ich mag das nicht hier bin ich ja irgendwie beim letzten mal nicht so wirklich weitergekommen ich glaube jetzt bin ich da wo ich hin soll oder ich habe keine ahnung gehen wir noch ein höher ach ich glaube boss fight in coming eindeutig gut das war nicht der sinn der sache ich bin mir sicher das wird mir noch häufiger passieren du kannst den scheiß mal lassen das ist nicht nett absolut not oh das war knapp das war knapp könntest du dich da mal verpissen alter schwede böse müze katze ey verpisst euch oh man oh man ich kriege so auf die fresse es ist gerade echt böse alter böse böse mietze katze da kriegst du echt platt nein na 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 n warum kann ich jetzt nicht riso und resume habe ich irgendwie nur eine bestimmte anzahl von könnte ich jetzt mal das glaube ich jetzt nicht ist echt nicht wahr na gut sonst bleibt nichts anderes weil ich weiß jetzt nicht was ich tun soll ich glaube ich darf vielleicht nur dreimal sterben oder so ich habe keine ahnung lief game so eine scheiße eigentlich ist egal was ich bei dem chat einstelle eigentlich macht es keinen großen unterschied einfach weil ich den chat sowieso aus habe also von daher naja wir schauen mal es ist ein harter fight hallo ist wenn man das war das und ja manchmal eben war das jetzt waren wir hier richtig oder hier war das leck mich fett einmal war ich echt übelst prügel bezogen aber wirklich übelst prügel viel mehr kann man fast gar nicht beziehen ich überlege ich echt wieder den skill mit dem feuer zu nehmen ich glaube dass ich damit besser dran bin als mit diesem dark quiver welcher waren das hier shurikens war es nicht flurry war es auch nicht ja nee oder hört auch das müsste das sein moment wie wir haben das jetzt nee quatsch fälliger nonsens cinderstrike probieren wir mal ob wir da besser mit dran nein ob wir da besser mit dran sind was ist da jetzt eben gedroppt ich habe keine ahnung also wenn es was interessantes war habe ich es nicht gesehen schilder frost warum hat er da so getan als wenn ich was super tolles aufgenommen ich kann dark quiver upgraden je ehrlich gesagt bringt er mir echt mal gar nichts also bisher finde ich den mal eher so meh ich habe keine ahnung ich habe keine ahnung ich habe keine ahnung ach man leck mich doch hier ich werde mich jetzt nicht mit einem rum ärgern hat kein bock drauf und nein ich drücke immer wieder den falschen button es ist zum kotzen nein alter ich kriege hier aber auch prügel es ist doch recht zum kotzen so die sound aushärter liegen übrigens nicht am mein motor das muss wirklich am spiel liegen weil ich habe dem das nur jetzt noch mal an anderes anderen usb anschluss gehängt und ach man lass das kommst du jetzt mal lässt du den scheiß ich glaube ich sollte den trank nehmen ja noch man ja 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 lasst das doch einfach mal drei stück und ich stimme sommer ist es nicht das das spiel macht mich gerade ein bisschen sauer weil ich klicke neben respawn und es geht nicht was machen die da also ehrlich was machen die da ich habe keine ahnung was sie da machen lief game das geht mir gerade voll auf den piss nur weil ich einmal daneben klicke geht es dann auf einmal nicht mehr oder darf ich hier wirklich nur dreimal sterben ich kann es gar nicht sagen gott geht er mir auf den sack es müsste ja hier gewesen ein glaube ich oder hier war es nicht liest hauer wir nehmen wir dennoch einfach alter ich kann echt nicht allzu viel einstecken ist und wenn du dann von mittendrin in drei dingern stehst dann wird es problematisch voll der abfuck ich renne jetzt einfach durch habe keine lust mit den auseinanderzusetzen ist ja gut ach komm mal ist nicht dein fucking ernst dann lass mich da durch ok geht nicht na gut wenn man da keinen bock drauf hat sich gerade mal mit ihnen um zu ärgern so kann ich jetzt nein kann ich nicht jetzt komme ich da nicht mehr hoch oder was ist hier los für mich gerade ein wenig verarscht erstmal ganz vorsichtig zu sagen also irgendwas ist an dem spiel aktuell komisch aber wenn das kein bug ist dann weiß ich nicht was ein bug ist fakt mich das ab oder muss ich wirklich jetzt alle gegner weg machen ich habe da noch gar keinen bock so darf ich jetzt bitteschön habe ich keinen bock drauf habe ich echt keinen bock drauf meine fresse geht mir das auf den sack wo auch immer ich jetzt hier gerade bin ist mir auch gerade mal egal hallo divine era und lias tower und so darf ich jetzt bitte noch mal dahin wenn ich jetzt behaupten würde spiele gerade verpackt wäre das noch die untertreibung des jahrhunderts ja ja ich mache euch die machen so das waren die ersten ach komm lass das doch hier so kommt her zu mir alter was kassiere ich denn da bitteschön so darf ich jetzt bitte eine nummer höher so langsam sicher habe ich nicht die schnauze voll das problem hatte ich schon beim letzten mal ja ist ja gut mann ich drücke immer den falschen knopf dante scheiße so jetzt darf ich noch mal probieren ich bin gerade echt blind zum scheißen echt jetzt mal da habe ich schon wieder keine heiltränke mehr echt jetzt mal ist das euer scheiß ernst das war nicht der plan oh mann wie oft denn noch wie oft denn noch hier ich bin hier 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 ist das zum kotzen nee 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 der hat wieder so viel health on top gekriegt muss man abarschen der typ geht mir so auf die nüsse aber ich sehe gerade die folge ist vorbei machen wir in der nächsten folge weiter bis zum nächsten mal ich bin gerade gefrustet merkt man das ja macht nicht tschüss